Und ein Moinzen zum Stadionvlog, zum Auswärtsspiel bei Jan Regensburg. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieses geilen Auswärtstrips angekommen. Und ein Moinzen zum Stadionvlog, zum Auswärtsspiel bei Jan Regensburg. Wir gehen direkt zum letzten Spiel, das war es 2-1 gegen Bochum zu Hause, der Heimsieg, den er tatsächlich mal nicht aus dem Stadion verfolgt hat, sondern so mit einem halben Auge aus Paris, weil er vier Tage in Paris ist, ist glaube ich ein ganz guter und auch ganz geiler Grund gewesen, mal nicht ins Stadion zu gehen, aber auf jeden Fall auch sehr nice. Ob dein Video folgt, weiß ich noch nicht. Gegner heute, Jan Regensburg, haben glaube ich letzte Woche oder sowas, oder gut vor zwei Wochen, natürlich letzter Spieltag, glaube 0-5 oder so gewonnen bei Wien-Wiesbaden. Das ist aber der Drittliga-Aufsteiger, der es sowieso schon überraschend genug geschafft hat, gegen Ingolstadt durch die Relegation zu kommen und einfach allgemein die Scheiße am Fuß hat. Gestern Abend auch wieder in Fürth 2-1 verloren, lange geführt, dann 85. und 91. Verlieren sie das noch auswärts. Wir haben einfach die Scheiße am Fuß. Jetzt schon, dieser Klischee-Spruch, das Pech, was man hat, wenn man absteigt. Leider Gottes. Aber egal ob Gegner, Prognose, sonst was ich will, einfach nur derbe Hype. Ähnlich wieder ein Auswärtsspiel, das ist einfach viel zu geil, vor allem kummeln nachher hin. Ein bisschen Anreise mit seinen drei Stunden oder ein bisschen mehr. Gibt es bestimmt nähere Ziele. Zum Beispiel Heidenheim, da hatte ich aber einfach keine Chance, an Karten zu kommen, wie gesagt. Da kam ich an Karten mit der zweiten oder dritten Warteschleife. So kam ich durch, waren auch irgendwie 100 Tickets oder so ausübricht. Graz, die zwei ineinander bekommen und Abfahrt. Also es war auch eine enge Kiste, deswegen umso happier, dass ich da mitfahren kann. Dann einfach mal den Auswärts-Dreier holen. Gehen wir zu Prognose, einfach Auswärts-Dreier holen. Einfach mal zeigen, wir sind die Mannschaft, die ganz unarrogant und schießmicht tot, schlicht und ergreifend mit dem besten Kader hat. Und eigentlich ziemlich jedes Spiel auf jeden Fall mal nicht verlieren sollte. Und da darf auch mal Auswärts-Dreier her bei Jan Regensburg. Wir haben es jetzt, in Heidenheim haben wir es echt gut gemacht. Wir haben auf die Auswärts-Spieler schauen, echt gut gemacht. Aber trotzdem total unnötig noch das 2-2 gefangen. In Aue war es echt kein gutes Spiel. Und jetzt wäre einfach mal an der Zeit, nochmal so ein Auswärts-Dreier zu setzen. Wir hatten auch allgemein noch kein richtig klares Spiel. Weißt du, Hannover war nicht wirklich klar, 2-1-Ergebnis. Pauli sowieso nicht mit dem Last-Minute-Treffer, gerade noch so. Bochum ist auch nicht klar, wenn du 2-1-0 gewinnst, dann kann immer noch eine Kiste fallen. Du hast auf einmal nur noch einen statt drei Punkte. Also es war alles noch nichts Klares dabei. Und auswärts auch noch kein Dreier. Ein richtig Hype, richtig kleines Stadion. Oder halt kleiner, als man es gewohnt ist natürlich. 2000 Fans kommen, glaube ich, mit. Das ist bestimmt, glaube ich, auch ein Ticken mehr als die 10-Prozent-Regel, die die Auswärts-Fans bekommen. Und da wird die Stimmung natürlich doppelt und dreifach geballert, damit man als Auswärts-Team natürlich trotzdem noch mithalten kann oder mit am lautesten ist. Auch wenn ich nicht weiß, inwiefern das jetzt in Regensburg nötig ist, böse gesagt quasi. Ich weiß nicht, wie krass bei denen die Stimmung ist. Dann fahrts mal los. Könnte einen Ticken länger dauern, mal dieser Stadion-Flock. Weil einfach längere Anreise und so was. Ich hab Bock. Let's go. Autos frei. 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 Jetzt muss es fallen, auf! Schade, du doch schon! Auf gehts Kurve! Auf gehts Kurve! Jawoll! Stolz! Aaaaaaah! Dann geht rein, Jolan! Dann gehts Kurve! 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 Ja! Schuka! 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 Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieses geilen Auswärtstrips angekommen. Fangen wir direkt mit dem Spielverlauf an. Ja, also es war wieder der typische Spielverlauf oder der erwartete Spielverlauf. Wir dominieren komplett eigentlich und fangen uns natürlich auf ganz, ganz dummer Basis diesen Elfmeter und das 1-1. Und das hätte mich später auch nicht gewundert, hätten wir uns nach dem Chancenwucher wieder das 2-2 gefangen. Aber zum Glück haben wir diesmal das 3-1 gemacht. Zum Glück auch vor allem in der Sinsicht, dass wir ja direkt da drauf das 3-2 bekommen haben. Und da auf einmal wieder komplett leer waren hinten aus irgendwelchen Gründen. Muss halt nicht sein, war aber zum Glück am Ende nur als Ergebniskosmetik in diesem Spiel. Aber wir müssen halt echt noch ein bisschen eiskalter werden. Weil jetzt hättest du halt wirklich auch gut und gerne 1-4, 1-5 gewinnen können. Wärst du einfach eiskalter vor der Bude. Aber es war ein wahnsinnig geiles Spiel. Schon allein dieser Trip, drei Stunden hin, geiles Spiel gesehen, drei Stunden wieder zurück. War bomb ein Trip. Absolut empfehlbar. Ich war auch noch nie in so einem kleinen Stadion. Also nie in so einem 15k-Stadion. Das bockt sich einfach. Du stehst zwar in offiziellen Sitzplatz-Kategorie, wo ich die Karte bekomme über den VfB im Auswärtsblock. Aber es ist einfach, du stehst 90 Minuten, du gibst Vollgas. Du bist quasi mit drin in dieser Blase, die absolut Vollgas gibt. Und es war richtig geil. Dir entflieht auch nicht so schnell die Akustik. Bleibt einfach so ultra laut da drin. Es ist richtig geil gewesen. Muss man einfach sagen. Auch nach dem 2-1. Ich habe ja echt glücklicherweise diese zwei Kisten auf Band. Nach dem 2-1 war pure Eskalation nach der Kiste vom Holger. Aber das war wieder richtig geil. Die haben einfach einen Flair. Und das bockt sich einfach nochmal wirklich doppelt oder so im Vergleich zu einem Heimspiel. Auch wenn das ja schon richtig geil ist, unsere Heimspiele. Kommen wir zu Beste oder Bester-Spieler. Ich bleibe da vermutlich bei Beste. Und gehe mit Mangala und Wamankiduka. Mangala einfach auch aus ähnlichen Gründen. Weil die einfach ihre Bälle halten. Die verlieren quasi keinen Ball. Stehen ihre Körper rein. Haben eine Ballkontrolle und eine Ruhe. Das finde ich sensationell. Und eine Technik drauf. Wamankiduka sowieso. Weil da habe ich bisher noch nicht so viel von dem gesehen. So ein bisschen was in Aue. Das Bochum spielt auch nur so mit einem halben Auge. Da in Paris mal irgendwo über den Ticker. Und Sky go und schieß mich tot. Aber der gefällt mir richtig gut. Der hat richtig gute Ansätze. Der könnte uns auch richtig richtig Spaß machen. Hätte sich auch eine gute verdient gehabt. Gestern mittlerweile. Weil ich nehme es ja am Sonntag auf. Wo das Video auch online gehen wird. Bleiben wir bei den beiden. Und dann kommen wir zur Tabelle. Da sind wir Stand jetzt gerade Erster. Aber halt nur Stand jetzt. Weil morgen der HSV. Morgen Montagabend der HSV bei St. Pauli. Auch ein richtig geiles Derby. Da können sie dann uns wieder vorbeiziehen mit einem Sieg. Oder auch schon im Unentschieden bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sieht es ganz gut aus. Kein Spiel verloren bisher in der 2. Liga. Auch wieder auswärts den ersten Dreier geholt. Richtig nice. Genau. Wir haben jetzt echt keine einfachen 2-Liga-Wochen vor uns. Nächste Woche kommt Kreuthoff Fürth zu uns. Dann fahren wir aus jetzt nach Bielefeld. Was auch schwer wird. Die haben in Hannover gestern gewonnen. Und dann kommt wieder ein bisschen was vermeintlich Einfacheres. Mit Wien Wiesbaden. So als Ausblick auf die nächsten 3 Spiele. Aber auf jeden Fall Fürth und Bielefeld. So Stand jetzt. Und tabellarisch sind schon relativ große Happen. Genau. Würde ich sagen. Bedankt fürs Zuschauen. War ein arschgeiles Auswärtsspiel. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Mann.